Ladies and gentlemen, liebe Pelikade, willkommen zurück zu Mass Effect 2, TTFLP hier, euer Chicken Dinger am Start. Wir sind jetzt, wir haben die Normen, die zurückbekommen, also das ist jetzt eine neue und wir gucken uns jetzt mal die Galaxie-Karte an. Ey, das hat sich ja richtig viel gemacht, Alter. Okay, Mass-Portal, ach, da muss ich jetzt hinfahren. Hier steht jetzt zum Beispiel auch, oh, ich weiß schon, Omega, das wir den Professor rekrutieren und alles, blablabla. Treibstoff-Depot. Omega-4-Portal. Wee, wir kriegen einfach hier rum. Pyu, 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 pyu. Ich weiß nur, ob ich ein Planeten bin. Ich will mal hier die Abschlussstelle kaufen. Wir müssen mehr Treibstoff kaufen oder ein Massenportal benutzen, Shepard. Das heißt, wir können nicht weiter, oder was? Als wenn ich jetzt hier bin. Boah, Alter, ich will schon immer fahren. Ich kann hier rausfliegen! Ah, da kann ich jetzt diese Sachen also machen. Warte, wir gehen mal raus. Wir gehen mal Codex. Oh, da kann ich jetzt diese Sachen also machen. Ja, ich will wissen, wo die Quests sind, Bitches. Ist das Codex? Missionen? Ah. Aufträge. Aufträge waren so Nebenmissionen und Missionen waren so Missionen, oder? Absturzstelle der Normandy. Ich glaube dann sind wir erstmal echte Gangster. Und... Ja, dann. Feuergänger, Rosa, Liefersteuerung. Wir machen jetzt die Absturzstelle der Normandy. Die habe ich entschieden. Ich will jetzt wissen, was da abgeht. So, wo ist das denn? Da muss ich auch hin. Oh! Sie verlieren irgendwie viel Treibstoff jetzt hier. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, ich flieche rein. Okay. Okay. Warte, was denn wenn ich jetzt hierhin fliege? Ich kann mich voll überfordert. Umlaufbahn anfliegen. Wenn ich da drauf ist, die fliegt einfach gut. Ich probiere jetzt einfach mal raus. Scan starten. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Ich checke das nicht. Das ist mir auch ziemlich machado. Wenn wir das irgendwann brauchen, dann benutzen wir das. Hier ist die Waffe. Jacob. Okay. Okay. Ach Leute, das hier. Keine Ahnung. Mach das, was ihr wollt. Ich will mich auch fordern. Das ist alles zu viel für mich, man. Dass ich mit diesem scheiß Schiff fliegen kann. Meine Fresse. Okay, wir fliegen jetzt auf die Abschlussstelle in den Norden. Woa, in die Sonne rein! Wir sind einfach nur durchgefunden. Hast du das, das ist ein Planet? Da haben wir auf den Baden gestiegen. Das ist Genscht am. Das ist ja ein Nerf zu irgendwas, oder? Mach da Ja, mach das Ja, und heute, warte, bis jetzt Ja, jetzt kriegt er was Da sammle ich Sachen dann Check ich nicht die Sammle von den Sachen, das ist ja zu viel für mich Egal, Normandy, los geht's Ganz voll, voll von Time Show got wasted hier Haben wir? Muss ich jetzt machen? Versteh ich nicht ganz, warum die Zeit drüber war Sonde unterwegs Die Scanner haben etwas gefunden Okay, wir landen da jetzt Irgendwie Ich hab das nicht wieder nicht ganz verstanden, aber Es war irgendwas, damit wir das finden Wenn es gepiept hat Jetzt können wir da landen Wir landen da jetzt Gucken wir uns das an Weil wir edel sind Wir sehen uns so badass aus Wir sehen uns so badass aus Ist es das für was ich es halte? Ist es unser gutes, altes Blehmobil? Oh mein Gott, das ist unser Ding Leute Oh, er ist hanked hier Oh, er ist hanked hier Ich hab absolut keine Idee, was wir hier machen sollen Wer sonst noch mal mein Team nicht dabei ist Ich sammle jetzt irgendwelche Dienstmarken Ja, man kann nur die Zeit Ja, man kann nur die Zeit Voll traurig Voll Muss ich die jetzt alle sammeln? 20 Stück, ey Ist das jetzt so ne dreckige Sammeln-Mission? Ist ja scheiße Egal, wir sammeln mal Vielleicht kriegen wir was So Hat natürlich Sinn, dass in ner Kiste ne Dienstmarke drin ist Ja, wir sind wieder fucking zugebracht Und dann wieder fucking zugebracht Warte, zeig mir der Pfeiler an, wo er worden ist Und was ist das denn? Wie eine Karte? Ach, Ziel ist der Oma Ach, Ziel ist der Oma Okay Nein, ich werde mich zurück zur Oma Ich werde die Scheiße sammeln Okay Okay Wir sammeln den Kack Wir haben da oben gerade was Und da Wir haben da oben gerade was Und da Wir haben uns alle so tot Alter Alter Das verwirrt mich an da und das Ding Hallo, geht da hoch, Mann! Okay 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 Und 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 Okay Das kann ja nicht sein, dass er jetzt hier ist, hier noch einer Da hinten ist natürlich noch einer Das kann nicht sein, dass das mein Ziel ist. Ich brauche noch so einen Teil. Hier ist noch eine Kiste. Hallo, die es mag. Hier ist noch einer. Was ist das? Nichts. Oh, wo ist auch eine Kiste? Keine Ahnung, ob die kaputt geht oder nicht. Oh, scheiße. Was ist das? Wir haben hier. So, ich habe einen Dienst. Wir haben hier. Fertig, du schützt. Hier ist noch einer. 15. So, müssen wir alle sein? Was ist das? Das gibt kein Level ab, hier. Die Sammlerei von der Kacke. Datenpad lesen. Cross. Beitrag 1. Beitrag 2. Okay, scheiße. Das war eine Schneebrücke. Das war eine Schneebrücke. 17. Da oben muss dann 18 sein. Bei der Kiste. 18. Gebe mich da hinten irgendwo. Auch immer da hinten. Da hat er geschwind. Vielleicht keiner. Gebe mich da hinten. Gebe mich da hinten. Gebe mich da hinten. Okay, 18. 18. Da kann ich dich hoch? Oh ja, die hat mich. Hey, wake up. Okay. Das sind die letzten Dinge. Müssen sie finden, wir haben 18. Gibt's denn keine Karte? So eine richtige Karte. Müsst ihr diese Piss-Karten heute? Fakia-Karte. Müsst ihr da noch irgendwo sein? Einen Helm gefunden. Komm ich da hoch? Lachen gleich lesen, da haben wir schon gelesen. Wenn sie 7 hängen.. Yay Cool, der geht uns. Hat uns gehört. Gehört uns! Was soll das? Immer noch unser. So! Wo sind die anderen Marken? Wo war das? Das Pad? Fuck the Pad. Nobody needs the fucking Pad. Das haben wir schon abgecheckt. Da den riesigen Dildo haben wir schon hingestellt. Das haben wir schon abgegeiert. Da. Das ist noch eine Dienstmarke. Das ist 19 glaube ich. Noch eine fehlt. Eine fehlt uns noch, Bitches! Eigentlich muss ich jetzt... Die Dörner, die habe ich schon geboten. Was soll denn eigentlich hier sein? Wenn der Pfeil sagt, mir sagt, die ist hier, dann muss ich hier sein. Was? Yay, 20 Stück, Bitches! 20 fucking Stück. Wow. Ich hab's geschafft! Ich hab's schon... Ich hab's schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. Ich hab's schon gemacht. 20 von 20! Ich weiß, ich... Sweet Lemonade, guys. Sweet, sweet Lemonade. So, zurück zur Normandy. Ups. Ja, sehr schön. Wir haben Der Normandy Einen edlen Abgang Verschaffen Mit diesem goldenen Penis Den wir hier dahingestellt haben Vielen Dank fürs Zuschauen Und nächstes Mal Machen wir irgendwas anderes Haut rein Bis zum nächsten Mal